hallo liebe copter freunde und die unique fans und willkommen auf meinem kanal ja ihr seht schon heute mal eine ganz andere location ich bin nämlich bei meinem händler und hole meinen typhoon h ab ihr wisst ja der soll kommen oder der ist da und ich habe ihn jetzt schon hier und ich möchte euch natürlich auch gerne daran teilhaben lassen wie diese ganze geschichte aussieht habe ich einmal hier ein kistchen bekommen und auch hier sieht man es noch steht es noch mal separat drauf typhoon h ja und jetzt werde ich direkt loslegen und das ganze zeug hier rausholen ich bin ziemlich aufgeregt denn ich habe ja jetzt schon seit januar da drauf gewartet also quasi fast ein halbes jahr so sieht so aus das ist er das haben wir noch alles hier das wäre noch mal die funkfernbedienung und hier vorne haben wir noch so eine kleine übersicht was das ding alles kann oder was es so für vorteile hat aber langer rede kurzer sinn macht die kiste jetzt auf und schauen uns mal an was alles dabei ist zuerst einmal hier so ja so eine verpackungskiste da ist aus stochopor der deckel drauf und hier ist noch was im deckel schon drin das ist usb kabel und sd karte gucken wir uns gleich noch an dann haben wir jede menge kabel das wäre für das autoladegerät das wäre das netzteil fürs ladegerät das ladegerät selbst ganz viel silikonkügelchen die können wir gleich weg tun dann haben wir der versprochene wizard das ist im grunde genommen ja so eine kleine beigabe für die vorbesteller als nächstes der akku der akku der hat sogar etwas mehr power wie der vom vorgängermodell dann haben wir hier der netzanschluss und ein umhänge riemen für die funkfernbedienung eine sonnenblende hier haben wir die propeller drinnen gucke ich mir auch gleich noch mal an dann haben wir hier ein täschchen mit user manuals das herzstück des ganzen die funkfernbedienung riesenteil wird bestimmt interessant und zu guter letzt den copter der ist ja zusammengeklappt das ist ja auch der vorteil der mit beworben worden ist dass man hier alles zusammenklappen kann schauen wir mal ob wir alles haben und hier drin ist jetzt wie gesagt nichts mehr das ist jetzt die transportbox sozusagen gut so alles noch mal aufgebaut hier haben wir einmal hier den copter selbst das ist ja wohl unschwer zu erkennen dann haben wir hier vorne die ganze ladegeschichte das ladegerät hier wäre der das netzteil für das ladegerät der anschluss stromanschluss dafür einmal ein kleines ladekabel fürs auto ein riemen für die funkfernbedienung dann haben wir hier einige propeller das sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn propeller ich gehe mal davon aus zweimal zwei ersatz davon die sind auch farbig markiert die kann man dann sozusagen auch nicht falsch drauf machen aber das erkläre ich in einem anderen video das wäre einmal der wizard in einer kleinen tasche die man dann um den arm drum herum machen kann wenn man fahrrad fährt oder meinetwegen snowboard oder sowas dann als nächstes haben wir hier hinten wie ihr seht das ja ich sag mal schon fast herzstück die funkfernbedienung erkläre ich auch in einem anderen video der akku das ist ein vier zellen 5400 milliampere akku hat wie man hier vorne auch unschwer erkennen kann eine neue aufnahme die wirklich momentan nur ins ladegerät passt dann haben wir einmal die sonnenblende das kann man so aufklappen hier mal schauen ob ich brauche dann hier vorne in dieser kleinen in kistchen da war nur ein micro usb kabel ein tuch zum reinigen von der linse und eine usb karte eine micro usb karte ich weiß gar nicht welche größe die hat schauen wir gleich mal rein das ist eine 16 gigabyte u3 class 10 micro usb karte und die kann man natürlich dann für die kamera nutzen und dann haben wir hier noch jede menge manuals einmal eine quick start anleitung da kann man ja grob sich einlesen in die funkfernbedienung über den copter selber die ganzen bedienungssachen dann einmal eine anleitung für den wizard selbst dann haben wir noch eine anleitung ebenfalls für den wizard muss ich gleich mal schauen ob es dieselben sind aha das ist dann die deutsche variante noch mal kurz übersetzt hier haben wir die kombination der button in der kurzübersicht dann einmal die status led in was ist das spanisch oder italienisch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht hier haben wir eine anleitung zum kalibrieren und nochmal zum kalibrieren in einer anderen sprache das ist einmal nochmal was für den wizard hier die status led in spanisch oder italienisch muss ich später noch mal schauen noch einmal nochmal eine kalibrierung und da haben wir das wäre jetzt dann mal in deutsch endlich mal was was ich auch lesen kann das wäre hier nochmal für den wizard eine kurzanleitung für den team mode dann noch einmal eine übersicht hier sieht man nochmal was alles da drin ist das ist das ganze ganze zubehör bzw alles was in der box ist und hier haben wir nochmal die status led diesmal in englisch kann ich zur not auch noch lesen und das ganze war an dieser kleinen tasche drin ja das war es schon schauen wir uns als nächstes mal den copter im detail an und gucken uns an was der alles so kann und was man dann noch machen muss bevor wir den starten bis dahin sage ich tschüss und bis zum nächsten video bis zum nächsten video